Wir gehen lieber auf Nummer sicher und werfen ein paar Generatoren an. Die sorgen dann für Strom. Und mit der Motorwärme heizen wir ihre Wohnung. Nennt sich Kraft-Wärme-Kopplung. Die clevere Art der Energieerzeugung. Sehr effizient und umweltschonend. Wir geben auch Gas in jeder Hinsicht. Mit unseren Einnahmen engagieren wir uns in Borna und in der Region. Wir fördern das sportliche und kulturelle Engagement, unterstützen Vereine, soziale Einrichtungen und Veranstaltungen. Durch anschaulichen Energieunterricht an unseren Schulen wollen wir schon frühzeitig das Interesse am nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Energie wecken. Es geht uns um Zusammenhalt, um ein nettes Miteinander. Deshalb beleben wir zusammen mit dem Borna Erfolgsplatzverein eine liebgewordene Tradition neu. Das Sommerkino auf dem Volksplatz. Im größten Freilichtkino Deutschlands. Professionell und ambitioniert. Mit Energie für Borna in jeder Hinsicht. Dafür steht die städtische Werke Borna GmbH. Und nun viel Spaß beim Film.